Die Sprintentscheidung der Damen im Biathlon. Gernice Gévalier aus Frankreich. Das ist der Sinevis Sollimdahl, unbestritten. Und dann kommt Ignora Latouillet. Eine Französin, die, das muss man zugeben, noch nicht so berühmt ist. Die jetzt erst reinkommt in die Mannschaft. Und dann kommt natürlich Fanny Vellestrand-Horn. Und wenn Sie jetzt glauben, die Norwegerinnen hätten besonders gestrahlt, dann stimmt das schon. Sowohl Silvie Sollimdahl, auch noch Fanny Strand-Horn gehören schon zu denen, in denen man sagen kann, sie verbreiten viel Optimismus. Das ist Marine Bollier, die am besten Resultat im Weltcup mal ein zwölfter Platz in Oberhof war. Anès Pescon kann da schon ein besseres Übersicht berichten. Die hat schon ein Weltcup-Rennen gewonnen. Und ganz hinten, da schau her, ist auch noch Kaisermecker Rennen mit von der Petit. Und das Ganze musste natürlich in mehreren Schritten ausgetragen werden. Jetzt gab es das Viertelfinale, dann das Halbfinale. Und dann kommt eben dieses Finalfeld zustande. So, da gibt es schon die ersten Materialermüdungserscheinungen, respektive natürlich beim Start kann da was in die Brüche gehen. Gerade auf Asphalt, auf diesen, oder bei diesen Rennen, gibt es, werden viel mehr Stöcke benötigt, als das im Winter der Fall ist. Da passiert das ab und zu mal. Hier würde ich meinen Pro-Rennen 10 Stöcke, das ist vielleicht gar keine Seltenheit. Ein bisschen Schwung ist überall. Und vorneweg ist das erstmal Enora Latolyer aus Frankreich, die da mutig erstmal vorneweg geht. Und da waren es gleiche matchende Gensere, wie das fühlt sich das denn? Ich habe angeregt, wie gerne, weil ich gab es wie Gensere, du, Igor. Aber Herr Klee ist sicher, dass Dame M selbst, also der geht es sicherlich. Du, Klee, die Meste. Jetzt ist Anis Gevelier vorne. Und die Familie Vente-Latorieer gehört dem französischen P-Kader an. Und wurde bisher bei Biertlan Juniorenmeisterschaften eingesetzt, zum Beispiel bei den Junioren-Europameisterschaften in Riedland, in Südtirol, oberhalb von Sterzin gelegen. Mal sehen, ob wir sie im Weltcup im nächsten Jahr überhaupt sehen werden. Kaiser-Mäcker-Rennen hat sich von der letzten Position erstmal auf die erste nach vorne gekämpft, geschoben, gelaufen. Das ist ja fast eine norwegische Mannschaft, Meisterschaft mit französischer Beteiligung, die hier ausgetragen wird. Eigentlich ist es nur, ich finde, Kaiser-Mäcker-Rennen, die da ein bisschen diesen Zweiervergleich stört. Bouillier fehlerfrei, Solymdahl fehlerfrei. Mäcker-Rennen muss einmal um den Kreisel. Und damit geht Anais Gevelier erstmal in Führung. Und so fährt er, Kaiser-Mäcker-Rennen wach. Das ist fast so ein bisschen kleiner Generationswechsel, der in Frankreich hier stattfindet. Mit Chevalier, mit Latourier. Bouillier, gut, die gehört schon länger dazu. Aber man versucht eben, dran zu bleiben. Auch Anais Gevelier ist Jahrgang 93. Also da gibt es auch genug Möglichkeiten. Und jetzt geht es ja auch noch ein wenig ... ... der in Ostregierer, Woahbult, auf der dritten Position. Im Augenblick haben wir die vorne liegenden Chevaliers, dazu Sunevis Solimdahl. In der Stadt, dass Sunevis Solimdahl schon wieder so gut von der Partie ist, denn es wurden ja bei ihr nach den Olympischen Spielen festgestellt, dass der pfeifliche Drüsenfieber leidet, dass man nach den Spielen, aber jetzt ist das alles wieder, glaube ich, soweit in Ordnung. Tja, und soweit in Ordnung, heißt auch Sunevis Solimdahl geht er erstmal raus, allerdings rausgehen heißt nicht, dass man gewinnt, weil man erstmal dreimal um die Strafrunde muss. Keiser-Mariker-Rennen, letzter Schuss, letzter Treffer, gut. Vorne ist der Hannes Chevalier. Damboyer, dann Latouillier, also das ist ja heftig französisch angehaucht. 1,3 Sekunde, sender det de 2 Franske, og 7,9 til 30. Det er truppen fransk øyeblikket her i Sandes. Ja, det er det. Vår Norske Solimdahl går ut og telt sammen der. Kanskje vi lagde det på god undemning? Nei da, du gjorde ikke det. Du gjorde ikke det. Die Franskjönen øyeblikket her ut og telt sammen med, dwa 언니e, der er toigne. bringt im biathlon gewinnt man hat das auch im winter mal versucht ich kann mich an den testwettkampf in osla erinnern da gab es ein teamsprint dann gab es es gibt verschiedene ansätze natürlich möchte auch an der spätselberg der norwegische präsident des internationalen biathlon verbandes oder internationalen biathlon union wie es richtigerweise heißt immer wieder mal den einen oder anderen wettkampf ausprobieren aber es gibt nicht wenige stimmen die sagen so wie es ist es gut jetzt erstmal im augenblick und ich denke das ist auch gut so das ist noch richtig eng geworden 0,1 sekunden wollen wie vor latulier dann annais gevalier und dann kaiser meckerinnen auf der vierten position wie war la france kann man da nur sagen drei französinnen auf die ersten drei plätzen da blinkt es richtig in sandnis ja man darf jetzt auch nicht zu viel riskieren denn wenn man hier stürzt dann gibt das dann schon ein paar haut abschürfungen wie vor latulier und chevalier drei französinnen liegen vorne